ja hallo ihr lieben und herzlich willkommen schon wieder in einem diesmal sehr kurzen youtube video ich möchte heute mal eine thematik anreißen die speziell für geocacher interessant ist ja immer zur dunkel werdenden jahreszeit also zum herz hin beginnt für uns geocacher nämlich die nachtcache saison ja und da wird immer auch gleich im foren und so weiter gefragt welche taschenlampen soll ich mir holen und was braucht man noch alles für speziell den nachtcache ja und eine sache gibt es immer sehr oft weil man es nachts am besten sehen kann sogenannte uv taschenlampen google mal sagen was für eine tolle taschenlampe die der mirko da hat allerdings ja uv taschenlampen da gibt es unterschiede ich habe jetzt hier eine das war meine erste uv taschenlampe die ich mir geholt habe und ja ich habe mir eine neue geholt und deswegen mache ich auch das video kommen wir gleich kurz drauf ich erkläre ganz kurz diese hier so eine typische 3 in 1 taschenlampe einmal ein sogenannter laserpointer könnt ihr hier sehen ja laserpointer dann habe ich hier das uv licht das kann man ja auch so ein bisschen erahnen ja und hier natürlich noch normales weißes licht angetrieben wird diese standard taschenlampe dies übrigens online für circa 10 euro gibt mit einem sogenannten adapter wo diese 2a batterien also diese ganze 3a entschuldigung 3a batterien sind diese dünnen die in fernbedienung drin sind diese ganzen dünnen ja kurz vergleich das ist eine 3a das hier ist eine 2a man sieht den unterschied so auf jeden fall von 3a batterien wird das ganze an 3a drei stück in diesen adapter werden die angetrieben und da hält dann so eine batterie so zwei bis drei nächte je nachdem was man so wie oft braucht also uv licht braucht man jetzt nicht ständig sondern eher zwischendurch und den laser auch nur gelegentlich auf jeden fall war das so dass wir gesagt haben jetzt ist demnächst wieder nachtkehrsaison und ja eigentlich wollte ich mir mal was stärkeres kaufen weil vom uv licht das hier so ist nicht gerade viel ich halte es ungefähr so in ja gut 30 cm entfernung auf meiner hand ihr seht den lichtgegel den ich der größer und kleiner macht und ich habe jetzt hier normales tageslicht quasi mit drin also die led lampe da oben ja man sieht also das ist eine entsprechende leistung wieder schon mal rauskommt hat mir bis jetzt auch ehrlich gesagt gute dienste geleistet aber jetzt haben uns gedacht wir waren letzten auf einen cash der tagsüber den einsatz von uv verlangte und da hatten wir dann ein problem weil diese taschenlampe war nicht mehr hell genug damit wir das mit uv sehen konnten beziehungsweise wir haben es geschafft klar wenn man sich dann so eine hülle bau und so sieht total scheiße aus aber naja hat funktioniert aber nicht zufriedenstellen daraufhin habe ich mir jetzt eine neue uv lampe gekauft und zwar eine ultra feier die sieht dann so aus man sieht ja schon ein bisschen was anderes nur uv rein uv und ja da habe ich in einem entsprechend auktionshaus nicht umgeschaut ja und da habe ich natürlich das gemacht was die meisten machen nämlich sortiert nach preis günstig ist es ganz oben festpreis angebot 20 euro war das ganze ding gebucht ich denke alles klar lässt er mal kommen dann habe ich mir den händler angeschaut und war so ein bisschen skeptisch es gibt eine eigenschaft mittlerweile dass in diesem auktionshaus was ja 1 2 3 jeder kennt ja sehr viele chinesische hersteller direkt dort bewerben und vertreiben dann gibt es ja die situation dass dann oft dann steht lieferort ist china und da schrecken ja viele von uns zurück weil und china da kaufe ich nichts da stehen jetzt neuerdings so sachen wie hamburg bremen irgendwas was halt ist was man kennt eine große stadt dann sogar münchen habe ich schon gesehen obwohl die gar keine hafen haben und dann werden die sachen davon zum beispiel hamburg verschickt oder frankfurt also flughafenbereich ja da werden diese lampen produkte geschickt und dann habe ich mir gedacht okay das ist jetzt eine deutsche adresse da kannst du auch bestellen letztendlich finde ich natürlich über das impressum der seite raus oder über die händler angabe das ist auch wieder ein chineser ist der das ganze betreibt und da bin ich natürlich mal gespannt was ich so bekomme die post war in zwei bis drei tagen da eine ganz schlichte einfache pappschachtel da ist ja nichts gegen einzuwenden da ist jetzt nur noch der restmüll drin da war die lampe in der tüte dann gab es dazu ein ladegerät ein europa stecker und natürlich eine batterie jetzt habe ich zum ersten mal eine 18650 wenn ihr nochmal vergleichen wollt standard batterie 2a so groß ne und das hier ist die 18650 ist üblicherweise für hochleistungstaschenlampen zu gebrauchen mit der batterie habe ich noch keine sorgen gehabt soweit wohl aber mit dem adapter jetzt habe ich ja die anleitung vorher gelesen also die die anzeige vorher gelesen und habe dann auch ganz klar gesehen dass die dati e haben c e ist normalerweise ein zeichen dafür dass es sich darum ein produkt handelt was den bestimmungen der europäischen union entsprechend ist kein vde zeichen oder so ein c ist certifikat european oder so was soll also bedeuten dass es ein sicheres produkt ist und dass es von einer prüfstelle entsprechend geprüft worden ist ja das trifft auch soweit zu erst mal wenn man sich den ladadapter mal anschaut da seht ihr hier ist eigentlich und so ein bisschen scharf hier hallo genau alle schön in chinesisch hier ist eine fehler drin wie das ganze hier zurücksetzt das ganze so und wenn ich jetzt die batterie hier einsetzen möchte mal kurz mit zwei hinten einmal die feder zurück batterie einsetzen auf die polarität achten natürlich so einsetzen und das war es dann jetzt jetzt ist die batterie hier drin und hier so eine kleine led lampe wenn ich den stecker jetzt rein stecken steckdose dann lädt die batterie und wenn die voll ist wird die grün und schaltet den ladevorgang an sich ab soweit alles okay bis zu dem zeitpunkt bis zu dem zeitpunkt als ich den europäischen adapter draufstecken wollte der europa stecker also eu stecker ist dieser vom rasierapparat kennt ihr den bestimmt oder von sämtlichen sonstigen kleinen geräten und netzteilen der adaptiert das normale us format oder was auch in china benutzt wird diese steckerchen hier und da kann man das so draufstecken und dann kann man das in die steckdose stecken so dass es passt allerdings zeige ich euch mal was guckt euch mal das hier an kann man das sehen diesen kleinen spalt ich versuche das mal so ein bisschen glänzen zu lassen da reflektiert hier gerade das ist eine blanke stelle da habe ich mir gedacht das kann doch nicht richtig sein ich meine ich bin ja auch aus dem bereich ich verhandel und importiere viel aus asien beruflich also irgendwas ist ja nie richtig dann habe ich mir genauer angeschaut und festgestellt dieses produkt hier dieses ladeteil hat wahrhaftig ein ce logo hinten drauf bei dem stecker allerdings fehlt das ce zeichen was natürlich logisch ist weil wenn ich den stecker hier drauf stecke müsste der eigentlich einrasten und wirklich bis zum endlichen da muss ich pressen selbst diese kleine kante hier vorne dürfte nicht zu sehen sein ihr seht dieses kleine metallstück da vorne noch drin ja also das dürfte nicht zu sehen sein letztendlich stelle ich fest das ist schon ein bisschen ein risiko deswegen eine warnung die ich hier einfach mal rauslassen möchte das denke ich mal kann man sich auch fast schon fast erklären dass es hier eine warnung gibt wenn man sich so ein produkt kauft das produkt selber muss man differenzieren ist gut diese ultra feier kann ich gleich mal kurz noch anzünden da werdet ihr sehen was das ding für licht raushaut die hat natürlich keine größeren mängel irgendwie also die ist wasserdicht halt so viel spritzwasser und regenwasser wenn die in die pfütze fällt läuft die nicht gleich zu tauchen gehen könnte damit natürlich nicht das ist diese typische taktische taschenlampe mit dem drücker hinten dran und so weiter die laufzeit ist in ordnung die helligkeit super die batterie ist okay da aber auch einen kleinen tipp wenn ihr eine original ultra feier kauft wenn die original ist ist hinten auf dem minuspol das ist hier die seite für gewöhnlich auch das ultra feier logo drauf zu sehen das fehlt bei mir mit anderen worten ist das eine fälschung aber letztendlich ist es mir egal weil es funktioniert und ich kaufe mir noch was anderes also so viel dazu gefährlich wie gesagt ist nur dass wenn hier kontakte offen bleiben da gibt es für mich zwei möglichkeiten ich kann es hinnehmen akzeptieren weil ich weiß was ich tue und passen sprechen darauf auf oder man kann natürlich aufregen und den händler kontaktieren der wird einem dann sagen gut dann schickst du das halt zurück und kriegst sein geld zurück und wir trennen uns einfallen nämlich ist ja nicht im sinn und zweck der erfindung da ich mir gedacht ne kommt die lampe ist jetzt mit 20 euro so günstig gewesen für mich in meinen augen da pfeife ich auf den ladeadapter ich kaufe mir in kürze noch mal nur einen ladeadapter der dann all diese typen von batterie das sind lithium-ion batterien übrigens beladen kann die haben im schnitt zwischen 3,7 und 4,2 volt die gibt es noch noch kleiner und größer zum beispiel habe ich ja hier noch letzten zwei open caching habe ich ja mitgemacht und was gewonnen da gab es dann so eine kleine nightcore eine mega tasche lampe charlie batterie leer ist die hat aber so eine 1 2 3a batterie da drin nur so eine ganz kleine das sind auch so batterien die gibt auch als akku und die werde ich mal als akku noch besorgen weil das macht spaß und sinn weil die sonst zu teuer werden und da kann ich die auch mit laden und dann werde ich mir also noch ein ladegerät besorgen was definitiv dann nur für diese besonderen akkus ist und das ladegerät wird dann auch leistungsstärker sein weil das ist mir auch aufgefallen diese batterie hat eine leistung ich gucke noch mal schnell drauf in die falsche sache 3000 milliampere stunde dieses netzteil liefert 450 milliampere stunde das heißt sagen wir mal jetzt wären 500 dann können wir schneller rechnen ja das heißt ich brauche sechs stunden ladezeit um diese batterie komplett zu laden das heißt ich komme nachts um drei nach hause vom cache licht die einung kann den abends wieder mitnehmen ist natürlich ziemlich viel das liegt daran dass damit 450 milliampere damit das nicht so warm wird und so weiter wird langsam geladen dafür schonen nach es gibt ladegeräte die können bis zu einem per liefern das heißt sie sind in drei stunden hast er die batterie dann vollkommen geladen zu machen schnell einmal licht ist damit er mal seht warum ich mir wirklich so eine uv lampe aus china kommen lassen und dafür muss natürlich erstmal die batterie wieder einführen immer wichtig ist auf die polung achten wie bei der normalen batterie haben wir oben eine pluspol angezeichnet und natürlich auch die kappe oben drauf die haben so eine kleine elektronik hier hinten drin damit man das damit die nicht nicht explodieren sage ich jetzt mal übertrieben dann kommt die da rein ganz einfach das ganze wird zugeschraubt was jetzt schlecht zu erkennen ist wahrscheinlich hier versuche ich mal da ist so ein kleiner so da seht ihr so ein bisschen ja jetzt da da ist das metall und dieses kleine schwarze hier das ist ein gummi riemen der drum herum läuft also ein gummiband das macht dann das gehäuse ein klein wenig wasserdicht das heißt so richtig mit druck hält es natürlich nicht stand und da muss man natürlich gucken dass das dann auch richtig verschraubt ist dass das gummi da drüber ist sollte das gummi matt pürös werden reißen oder verloren gehen würde ich die tasche nicht mehr in die pfütze schmeißen wollen denn dann ist sie durch naja so jetzt machen wir einen kleinen vergleich ich habe mir vorhin noch mal die silberne noch mal kurz auf uv stellen noch mal meine hand so ok ungefähr 30 cm habt ihr jetzt gesehen achtung 1 2 3 und dann zack größerer kegel und viel mehr power drauf seht ihr schon das ganze können wir auch noch einmal kurz vor der wand machen dafür mache ich mal ganz kurz die sturmbeleuchtung aus so so noch mal ganz kurz die uv lampe und jetzt die andere uv lampe die starke ja ein bisschen spaß muss sein freunde in diesem sinne wünsche ich euch wieder gute unterhaltung viele viele schöne punkte nacht caches und macht's gut so sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020